Hallo, ich bin Sandra, bin 31 und komme aus Erlangen, arbeite als PKA in einer Apotheke und versuche es heute schon zum zweiten Mal, aber einmal ist kein Mal, dachte ich mir. Und zu der Frage, warum ich da dabei sein möchte, ein Wochenende mit lauter Musik begeisterten Menschen reizt mich sehr und dabei noch was lernen zu können, wäre der absolute Wahnsinn. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017